Das war's für heute. So, wo geht's jetzt hin? Schon wieder ein Geschenk für dich, Kira. Ja, irgendwann liebst du mich dauerhaft. Das nenne ich mal ein Geschenk. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? 21? Ist die schon. Der T7 genauso. Alto hängt ein bisschen hinterher. Egal. Hier. Zu dem Flugmann Dings. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Was ist das? Plötzlicher Tod. Yo. Machen wir das. Ich will so ein Haustier haben. Im real life. Mit dem Ding durch die Gegend fliegen. Nie wieder Probleme. Nie wieder bei roten Ampeln stehen bleiben. Durch Bäume fliegen. Okay. Joa. Die selben Probleme, die du jetzt hast, bleiben ja leider. Selbst mit dem Fliegen. Ich will aber nicht beim Arzt anrufen. Das wird wieder eine Qual werden. Ich habe nämlich ganz ehrlich ein bisschen Bummel davor, was alles auf mich zukommt. Okay. Okay. Hier gibt es keine Nebenquests. Das. Ich muss in die Richtung fahren. Keine Nebenquests bedeuten schon mal was Positives. Man ist schneller vom Planeten wieder weg. Okay. Ich muss in die Richtung fahren. Woah. hier unten. Dreck nicht gegen das Viech. Dort. Hey. Ist die Viecher frei? Cool. Dann machen wir das doch mal. Eins. Ach, jetzt. Ah, ich muss dann zu den anderen gehen. Ich dachte, ich könnte hier alle drei auf einmal befreien. Ach, da ist irgendein Stein. Ah. Mal los. So, jetzt. Ich bin im Kreis gebrochen. Ah. Echt jetzt? Ich bin im Kreis gebrochen. Ah, okay. Ja, ich bin wundervollig im Kreis gebrochen. Boah. Ich bin im Kreis gebrochen. 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 Oh, das ist so. Du bleibst jetzt mal stehen, lass dich einfach töten, dann ist alles gut. So, und... Hä? Darüber. So, zwei muss ich noch, da sind drei. Alles klar, Bonus müssen auch abgeschlossen. Hier hat der Rücken... Der sieht irgendwie ganz knitzig aus mit dem Reißen rum, da haben wir irgendwie einen komischen Stirn-Reif-Teil da. Ja, das ist kein Reif, das ist ein Helm. Das ist halt ein solch Datenhelm. Aber der ist halt besser als alles, was ich bisher hatte. Tschüss, mein Freund. So. Kehre zu Dingsbums. Infiltriere die Schmerzfabrik. Durchsuche das Mansort Militärlabor. Wo bin ich denn am nächsten dran? Bei der Quest abgeben. Okay. Naja, so. Die erste imperiale Einrichtung, die ich sehe auf diesem Planeten. Okay. Du hast noch nicht gegen Sith gekämpft. Nö. Okay, da hast du die... ... in dem... ... also die... ... in dem Quest noch nicht gefunden. Ich bin grad so in einem imperialen Bunker, kann man das eigentlich nennen. Schöne. Boah. Danke, dass ihr es mit den Stoßtrupps aufgenommen habt. Ich glaube, das war der letzte. Nicht viele würden so kurzfristig eine so gefährliche Mission annehmen. Die Republik steht in eurer Schuld. Aber längst nicht so tief wie das Haus Pantheer. Hat Boris Ulgo den Angriff abgebrochen? Der Angriff ist abgewendet. Doch auf Alderaan ist niemand sicher, solange Boris Ulgo auf dem Thron sitzt. Ich habe von Katai Pantheer, der Erbin des Hauses, gehört. Sie möchte euch treffen. Das Versteck des Hauses Pantheer wird streng behütet und ist kaum bekannt. Aber man hat euch die vorübergehende Erlaubnis erteilt, es zu besuchen. Wird das nur ein freundliches Dankeschön oder ist sie auf mehr aus? Ich glaube, sie hofft, dass ihr der Held seid, auf den Alderaan gewartet hat, um den Tyrannen Ulgo loszuwerden. Die Panthers schulden uns, euch, ihr Leben. Dieser gute Wille muss uns erhalten bleiben, bis eine republikanische Regierung den Thron innehat. Immer schleimen wir uns ein, obwohl sie die Republik im Stich ließen, als es darauf ankam. Politiker sind wie Planeten. Sie kreisen um den Körper, der am hellsten strahlt. So läuft ihr Spiel. Wenn wir nicht lernen zu gewinnen, wird das Imperium es tun. Danke für eure Dienste. So läuft es. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Plötzlicher Tod. Panther Versteck. Dann fahren wir erstmal da hin. Das Klarus-Tal. Was mich ein bisschen ärgert nicht so, wenn die Kinnis da sind, ich kann vormittags nicht an den Laptop gehen und Videos gucken. Wenn die den haben wollen, oder? Nö, das nicht. Weil sich das einfach nicht lohnt, sich aufs Sofa zu legen. Sag mal, bin ich jetzt richtig? Och, noch lange nicht. Falsch abgebogen. Naja, weil Insta-Kinder wird, wenn schlechtes Wetter ist und wir zu Hause bleiben, äh, wird Insta-Kinder definitiv Blazey zocken. Die Kleine will wieder mein Handy haben, so wie ich sie kenne. Und der andere wird im Kinderzimmer PS3 zocken. Und ein bis zwei Kinder nehmen dann das Sofa ein. Das heißt, nicht einfach mal aufs Sofa legen. Beine lang machen. Und Videos gucken. Ui, was ist das denn? Dako. Wieviel macht dein Schwert maximal Damage? Äh, 800. Das, was ich hier habe, macht 865. Das ist einfach nur ein Vipro-Schwert. Und 601 Medi-Damage. Aber das kannst du nicht nutzen. Eben. Wobei, Vipro-Schwert... Ach so, Vipro-Klingen kann ich nutzen. Ich habe eher wegen Level. Ja, ja, ja. Das geht halt eben nicht. Ich krieg nichts mehr unter Level 60. Ich sag mal, so Level 60 bin ich ja auch. Ja, aber darunter kriege ich nichts mehr. Also, es ist nur noch alles drüber. Ich muss mich sowieso mal schlau lesen. Wo ich diese Kackisten abgebe, die mir hier 3 Slots einnehmen. So, wer hat für... Ich bin jetzt angekommen. Äh, irgendwo. Ich schlufe gerade. Ich sehe sowieso gerade nichts. Weil ich hier das Vermächtnis offen habe. Ach so. Das kostet 40.000. Kaufen. Das kostet 50.000. Kaufen. Ich kaufe jetzt die ganzen XP-Dinger hier. Was passiert, wenn ich das Vermächtnis komplett freigekauft habe? Schalte Dreck als Gefährten für einen imperialen Charakter frei. Schade. Schalte HK51 als Gefährten für einen... Stimmt. Das war ja der aus Knights of the Old Republic. Kaufvoraussetzung. Eine Million erfordert HK51. Dann hätte ich schon wieder einen neuen Begleiter. Und den kann man auch ohne Abo kaufen. So. Mal lachen. Von meinen 600.000 habe ich noch einen 53.000. Alles klar. Das Vermächtnis ist sauteuer. Oh. Warte jetzt auf, dass ich wieder 400.000 habe. Und mal die nächsten 2... 4-er-Ketten fertig. Bei 400.000. 100.000. 100.000. 180, ja doch, müsste passen. Vor allem diese Vermächtnis-Geschichten drehen sich zu 90% immer darum, mehr XP zu bekommen. Was mir ja überhaupt nichts bringt eigentlich. Ja, mir im Grunde auch nichts. Es dauert jetzt mittlerweile nur noch bis ich Level abhabe. Das dauert bei mir mittlerweile. Ich kriege halt einfach keins. Jetzt habe ich den ersten Sith-Wüter. Melden Sie Ihre Beschwerden für Kauf. Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Jetzt Kommandant. Der sieht noch heißlicher aus. Das ist ja 1 zu 1 ist das gleiche hier. Oh ne, es ist nicht. Angriff. Angriff. Angriff ist klar. Wollen wir jetzt der Angriff besser. Mach 3046. Mach 3046. Angriff 373. Angriff 383. Ausdauer 811. Ausdauer 817. Beherrschung 585. Beherrschung 585. Beherrschung 585. Das ist hier unten. Präzision 313. Schnelligkeitswert 318. Angriff 373. Angriff. Schnelligkeitswert 318. Welches behalte ich denn von den Dingern? Das mit Schnelligkeit oder das mit Präzision? Das mit Präzision behalte ich. Das andere wird verkauft. So. Ähm. Mggs. Der wird noch benötigt. Hydroverdünner. Der wird auch noch benötigt. Ähm. Was ist denn das hier? Die Streukanone kann weg. Der orange Kristall kann weg. Dann kann ich die Dinger nämlich nach hier unten. Was ist das? GFESKK. Die wird bestimmt auch noch für irgendwas benötigt. Habe ich wieder ein bisschen Platz hier. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. So. Einmal hier rein. Was? Das ist Schaktik Dracokor. Guckt mein Stream. Lass ihn follow da. Du kannst hier drinnen den Gleiter nicht benutzen. Es ist eine Höhle. Deswegen darf man hier drinnen nicht rumgleiten. Ja. Kartei Panther. Bisschen Katie hieß, ne? Der Zeitpunkt ist gekommen. Je länger diese Zecke auf dem Thron sitzt, desto tiefer zerrt sie an Alderans Adern. Das streite ich ja nicht ab, Bindua. Unser Retter. Ich begrüße euch im Namen des Hauses Vantir. Äh. Wie sieht die denn aus? Ist die Fahrkasten gefallen? Oh. Oh. Man sagte mir, ich müsse dringend mit euch sprechen. Ich brauche eure Hilfe. Stürzt den Mörder meiner Familie vom Thron. Und ich unterstütze die Republik bei der Wahl eines Herrschers. Wie ich zu Commander Bradell sage, konventionelle Methoden nützen nichts. Boris Ulgos Armee ist den Organas und der verbliebenen Königinnenwache gewachsen. Jetzt muss ich screenshotten, das geht nicht anders, ey. Einheit, die ins Anwesen eindringt und den Thronräuber herausfordert. Das sieht aus, als ob jemand von so einem Verbrechen profiliert wird. Hast du jemanden an Zef Reto Anliste gesehen? Nö. Das ist gar nichts. Das ist die Welt, was die machen. Tötet ihn. Wie lange er lebt, stellt er eine Betrugung. Die Alte sieht halt einfach aus, als ob die Farmkasse gefeiert ist mit ihr. Er hat 20 Jahre lang gedient. Verhaftet ihn und man wird ihm den Prozess machen. Alle sollen von seinen Verbrechen hören und wissen, dass gerecht über ihn geurteilt wurde. Danke sehr. Wenn ihr ihm gegenüber tretet, könnt nur ihr das entscheiden. Aber erwartet nicht, dass er den Thron aufgibt, solange er noch lebt. Dies ist der Zugangscode für das Privatgemach. Für alles, was ihr getan habt und was ihr noch tun werdet, müssen wir ihn euch anvertrauen. Benutzt ihn, um diesen Hund vom Thron zu stürzen. Dann wird das Haus Panthea euch ewig dankbar sein. Jo, dann machen wir das doch mal. Gibt es hier hinten auch irgendwo eine Quest für mich, wenn ich schon mal hier bin. Ach, ich kann ja hier nicht gleiten. Oh, ist ja eine Höhle. Bis dahinter renne ich jetzt nicht. Das ist ganz wichtig. In jeder Höhle kann man gleiten, in dieser komischer Weise nicht. In welcher Höhle kannst du bitte gleiten? Da, wo ich cheate. Okay. Ob das so gewollt ist, dass die Steine hier in der Luft fliegen in der Höhle? Naja. Wo muss ich hin? Schloss Panthea. Schloss Panthea. Okay. Komm ich hier rein? Schade. Ähm, nein. Ach, scheiß drauf. So. 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 So wie ein bisschen. Ich weiß nicht. Also zurück zur Kanzel. Warst du schon im Schloss Panthear? Sag mal nichts. Okay, das ist auch so ein Prollpalast. Vor allem Panthear sprechen die Panthear aus. Ah ja. Warum auch immer. Äh, da ist er. Ey, da ist ja noch so ein Prollchen hinter uns. Ulgo Störenfried. Ey, das kann ich mir einen richtig geilen Wikinger-Spiel vorstellen, den Namen. Hallo, ich bin Ulrik Störenfried. Geil. Oh. Ich hab's gehört, du hast nachgeladen, du wolltest mich abschießen, du Hund. Nee, nicht mit mir. Beste Begründung für einen Mord. Ja, er hat nachgeladen. Ja. Keine Sorge. Lebt noch einer? Da lebt tatsächlich noch einer. Das hat eigentlich jeder auf Eiderau und so einen komischen Schnauzer. Das ist eine gute Frage. Die kennen halt keine Rasierer. Ja doch, der ist ja perfekt gepflegt. Na ja. Ja. Äh, wo ist es Kira? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Ich kriege so langsam Angst vor meinem Padawan. Weil er besser wird als du. Ach nee, jetzt ist sie wieder da. Ne, weil die sich immer unsichtbar macht. Die wird nicht besser. Ja, die wird nicht besser. Ja, die würde unsichtbarkeit machen, ist sie schon. Ja, die wird nur kurz alleine gehalten, ja. Okay. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich habe es gerade gehört. In dem Haus Panthea gibt es einen Datacron. Und da musst du wegen einer lilanen Quest sowieso rennen. Wie heißt die, oder? Die Quest heißt Thronräuber. Die ich gerade mache. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier könnte doch der Jedi-Rat sich aufbauen. Das ist ja nur nicht prollhaft. Müssten wir nur das Wasser abtumpen. Okay, Boris Ulgur. Du bist bestimmt der Vorfahrer von Boris Becker. Ich hatte mich schon gefragt, wer als erster hier auftauchen würde, um mir den Thron streitig zu machen. Mit einem Fremdling hätte ich nicht gerechnet. Wer schickt euch? Die Organas? Oder die Pantheas? Diese elenden Narren? Was führt euch her? Na gut, den Clown habe ich noch nicht gesehen. Dann war ich daneben. Das Ende ist nahe. Vergisst die Republik so schnell? Ich habe die Schlacht von Rordak gewonnen, indem ich persönlich an Bord von Moffseptors Schlachtkreuzer gestiegen bin. Verrotzt. Was haben die Pantheas denn je getan, außer der Republik den Rücken zu kehren, als der Senat eine schwere Entscheidung zu treffen hatte? Die Torheit der Pantheas hat doch erst die Rückkehr des Hauses Thuul ermöglicht. Ohne mich wäre Alderaan schon längst ans Imperium gefallen. Das Urteil ist schon längst gefallen. Ui, was ist das denn? Was macht man jetzt nicht? Zu den Waffen, Männer! Verteil dich den Thron! Was ist das für ein Feigling? Wieso sperrt er sich in so einer Energiepoppel ein? Nö. So schnell stirbt niemand. Warte, wenn wir einmal kämpfen. Horny, kämpf mit! Pieks ihn in den Arsch! Super, der erste ist down. Hast du gut gemacht. Boah, da kam er aber angeflitzt, der kleine Scheißer. Das sieht aus, als ob der mitkämpft. Also wieder durch die Viecher hier drin. Was ist denn das hier? Ulge Munitionslager. Raketenwerfer. Alles klar. Ich habe einfach einen Raketenwerfer gekriegt. Alles klar. Ich habe auch einen Raketenwerfer. Und jetzt? Ah. Okay. Die Kass beinhaltet nicht nur Kämpfen. Aber echt, wer ist die? Äh. Schon wieder Armschienen. Wow. Ach nee, andersrum. Ah, okay. Äh, 5, 90, 5, 68, 5, 43, 5, 48, 2, 40, 2, 80, das ist bloß kacke hier. Ähm, wo ist denn der nächste? Da hinten. Ach komm. Oh man. Der nächste, das hast du davon, wenn du mich angreifst. Der Kackbratzer. Ja. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Ach, da ist der nächste Kack. Ach, ich habe keine Raketen mehr. Oh, sag mir das doch gleich. Hast du da sowieso nur eine weiße Klinge? Nein, die ist blau, warte, äh. Sieht irgendwie weiß aus. Weiß, blau, violett ist die. Ich dachte, da hat das eine Orangenheit. Ich habe dir den Kristall noch geschenkt bekommen. Das war dein Diener? Ja, ich habe es erst zum Schluss gesehen, dass es nicht ganz lila ist, sondern noch weiß und blau mit drin. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal ausgerüstet, bis ich den richtigen Lila-Kristall habe. Da lass ich den so lange halt ausgerüstet. Da ist das letzte Ding. Da ist das letzte Ding. Jetzt lag das etwas ehrlich, ohne. Aber... Natürlich geht das Ende des Kampfes nicht. Mann, Mann, Mann... Ähm, hallo? Wie siehst du den nochmal an? Horni! Horn-Attacke in den Arsch, los! Ja, jetzt weiß ich was. Ich bin auch bei der angekommen. Äh, Kira? Kommst du klar? Hm. Interessant. Ihr begeht einen Fehler. Ich bin der einzige, der stark genug ist, um Alderaan vor dem Imperium zu schützen. Es soll nur anhand eurer Handlungen über euch gerichtet werden. Und wenn Alderaan ans Imperium fällt und eure Leute in die Sklaverei verkauft werden, wer wird mich dann richten? Ich... Legt ihn in den Fesseln. Draußen wartet ein Transporter. Gratuliere. Nur wenige können von sich sagen, sie haben einen König gestürzt. Commander Bradell wird euch persönlich danken wollen. Gut, du siehst absolut hässlich mit diesem Helm vom Nahen Ost. Hm. Ich muss erwarten, dass ich was Neues hab. Ich hoffe, ihr habt eine sichere Haftzelle auf dem Schiff. Oh ja, ich bin sicher. Boris Ulgur ist kein Mann für einen leisen Abgang. Ihr habt mehr erreicht, als es die gesamte Macht des Imperiums und der Republik kommt. Nein! Ihr habt den Thron von Boris Ulgur befreit. Ich war in die falsche Richtung. Und doch wird es ein halbter Kampf bleiben, den Griff des Imperiums auf diesem Planeten zu lockern. Wir müssen das Imperium überall besiegen, wo seine Tentakel in die Galaxis vordringen. Ich weiß, dass ihr euer Leben in den Dienst dieser Aufgabe gestellt habt. Ich kann euch nicht länger hier aufhalten. Ich danke euch für eure Unterstützung. Durch euch ist Alderaan dem Frieden einen Schritt näher gekommen. Ich bin jetzt wieder hier aufzuhalten. Ich bin jetzt wieder aufzuhalten. Du hast die Tentakel, ich bin jetzt wieder aufzuhalten. Du kannst hier... ...mach das mal. ... ... ... ... ... ... Und ich hab noch nicht mal 3 Stunden Stream voll, ey, Mann, Mann, Mann. Was hast du denn gesagt? Ich hab noch nicht mal 3 Stunden Stream-Zeit voll und ich bin schon wieder so ein bisschen was für mich hinlegen könnte. Oh, jetzt hab ich die Alte da draußen nicht gesehen. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Ja, dafür gibt es keine Entschuldigung. Oh, Arsch, wo wieder. Ich mag den Schmaug nicht. Ich mag den einfach nicht. Ich mag den nicht. Kann man den nicht austauschen gegen eine zweite hübsche Frau oder so? So würde er mir definitiv weiterhelfen in dem Spiel. Und dann würde er mir nur frustrierter werden, weil aus dem ganzen Geflirten nichts wird. Ähm, wenn du bis zu einem gewissen Punkt flirtest, Darko, wird der Bildschirm schwarz. Und dann kommen die zwei wieder in das Bild. Und zwar wirklich von der Seite. Die waren dann gerade am Pimpern. Ne. Doch. Die gehen hier Pimpern. Das kannst du als erstes auf einen Teil von, äh, kriegst du das mit? Wenn du mit der, äh, Twinectroler flirtest. Oh. 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 Sagt ihr mich, ähm, lasst mich die, äh, Tür absperren, damit wir nicht gestört werden. Und dann wird Bild schwarz. Dann wird das Bild wieder normal. Man kommt von der Seite rein ins Bild. Und ja. Wiss ich? Und nichts passiert. Und das bei Kira das gleiche auf dem Schiff. Das auf, ähm, Nashadda. War es Nashadda oder Tachis? Ich glaube Nashadda. Das gleich. Also wenn man so nimmt, ich habe schon mit drei Frauen. Wer ist denn dort da? Was ist denn das da für ein Arsch? Der da kämpft. Die laufen wahrscheinlich. Ja. Sehen seine Kira's gerade gesprungen. Und der hat gerade ihn umgehauen und hat zwei gelbe Lichtschwerter. Sieht immer hässlich aus. Und jetzt rennt da zu irgendjemandem, wo er abgeschossen wurde. Und springt schon wieder auf den, hm, nee, nee. Eik, wo bist du? Ich beobachte dich jetzt einfach nur. Ja, das sehe ich. Ja, du bist schon fast richtig. Kommandanten, Kommandanten, Kommandanten. Wo ist hier ein einziger Kommandant? Ich habe dich schon gesehen da oben. Ja. Mit deinem Gefolge. Aber wo ist hier ein scheiß Kommandant? Ach, äh, drinnen im Haus vielleicht. Vor allem, du musst hier Kommandanten töten. So eine Quest hatte ich nicht mal. Ich musste direkt rein ins Haus. Nö, ich musste hier nicht. Das ist eine Bonus-Mission. Ach, nicht mal die hatte ich. Oder du hast sie nicht gesehen und bist einfach gleich rein. Äh, nö, ich musste hier draußen gar kein Töten. Ich musste direkt rein. Ich musste hier draußen 20 normale im Team sich's glänzchen und halt jetzt die Kommandanten. Und Kira, wenn du mir hier verreckst, bist du selbst an Schuld. Okay, das sind Billow-Sachen, tatsächlich. So, wo muss man jetzt hin? Belagerung Dingsbums. Da, Al-Sachen, Flachland. Mal wieder. Okay. Wo war das jetzt? Haus Dingsbums, Duan-Wach-Post, ne? Gibt's gar kein Flachland. Hä? Wach-Posten, Du-Walt-Rank. Alles klar. Wach-Posten, das da? Haustal, hä? Ach, egal. Ich fahr jetzt dort und die hessen komischerweise ganz anders. Ah, ja. So. Habe ich bald genug Kommandanten? Was? Ach, jetzt. Ah, Militäranlage und Schmerzfabrik. Okay. Gut. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Danny. Ist man dir das gerne Gero降? eigentlich geholt? Jaja, das habe ich aber nicht hier im Stream gemacht. Da hast du im Schloss hier? Hast du schon? Ich habe alle schon. Von diesem Planeten. Okay, wo geht man als erstes? In Schmerzfabrik oder Militärlabor? Kira, du entscheidest das nicht, sondern ich. Welches ist näher dran? Das da oben. Gehen wir als erstes da hin. Das sieht mir aus wie das Schmerzlabor. Ja, Schmerzfabrik halt. Oh, meine Fresse. Ah, hier kommen die Gegner. Ah. Was muss ich denn hier drinnen machen? Erfinde den Kontrollraum der Schmerzfabrik. Okay. Wo es weiter nichts ist. Der Schmerzfabrik. Der Schmerzfabrik. Der Schmerzfabrik. Ja, der Tau frisch. Äh, hallo, ich bin der Tau frisch. Oh. Oh. Ich rück doch jetzt endlich schmal. Äh, da. Äh, da. Äh. 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 Ach, Kira, brauchst du da Hilfe? Ich schaite gleich auf den Schad sehen. Geht mit auf den Sack mit der... Auswahl schadlos. Uiibu, Kommandant. Uiibu, Kommandant? Ulgo. Ach so. aus Schmerzfabrik. Was? Abwinkel. Für Odin. ich hab das mitgekriegt guck mal wie schnell der umfällt und jetzt was machst du jetzt jetzt zieh ich dich nach außen klaue die Klamotten und die Druiden machen gar nichts ja ähm gibt's da was zum anklicken ich suche und da zerstöre die Ulgo Folterdruinen ach jetzt muss ich auch noch den Rotz zerstören oh komm so so und jetzt wo ich gegen Käfer kämpfe willst du mich verarschen äh ok Kira das regelt du alleine alles klar so ich lass jetzt einfach mal die Alte kämpfen ich mach die Kräfer ja größtenteils One Hit wenn das nicht mein Lieblings Stoßtrupp ist habt ihr Ulgo Schmerzfabrik gefunden ok ich schalte den Holocron an und das erste kommt wenn das nicht mein Lieblings Stoßtrupp ist ja ich will mit alten Fluten eine beeindruckende Einrichtung die waren wohl schon eine Weile hier das ist ganz auf meiner Welt länger so leicht in Rage versetzen können das gibt uns etwas Raum zum Atmen es wäre aber eine Schande diese ganze Technologie verkommen zu lassen Ulgo hat sicher einiges über die Käfer herausgefunden äh diese Käfer verdienen mal Respekt die Kiliks sind Lebewesen aus dieser Art von Gewalt kann man nichts lernen die Kiliks sind Tiere schlau aber nicht so schlau vielleicht kann ich Ulgos Experimente nachstellen und die Kiliks auf unsere Seite bringen versuch diese Daten und die Ausrüstung zu bergen ähhhh tut mir leid aber ich kann nicht zulassen dass empfindsame Lebensformen gefoltert werden wie ihr wollt ihr denkt auch wirklich nur an euch selbst ihr solltet dort verschwinden trefft mich beim Kommandoposten zur Nachbesprechung das wird dann wohl doch nichts mit der naja gefurzt oh ist das schön zurückrennen und einfach nur Loot einsammeln so stelle ich mir ein Spiel vor rumlaufen looten und keine Gedanken die Feinde machen die nächste Pause ist ja gleich fertig mein Arsch bedankt sich jetzt schon ab in die andere Fabrik da ist eine Lootkiste die will ich nicht haben hier ist noch Rotz drinnen ah killig Eihaufen mit dem kann man nichts machen schade ich dachte mitnehmen und ein bisschen Rührei oder so machen hab sowieso gerade was absurdes verstanden und zwar kill den Eihaufen wenn du vom Haupttor reingehst links an der Wand halten die hintere Tür links an der Wand halten die hintere Tür hier ist zu hier geht immer richtig an die Tür und guck nach links auch schon wieder die Treppe ja und Gegner waren oben im Übrigen noch soviel kann ich dir sagen ich kann einfach vorbeigehen da kämpfe immer anders gerade dann will der auch an Starter kommen dann will der auch an Starter kommen ich glaube was mal durch ich hoffe für ihn dass da eine cool downzeit ist ne das glaube ich nicht also bei den Datacons glaube ich das tatsächlich nicht äh wo muss ich jetzt hier hin ähm hä wieso bin ich so toll batsch ich manchmal bist du runter gesprungen ja jetzt hoffe ich mir doch dass es einen cooldown gibt Darko ich bin nach links zum holocon anstelle den weg drum herum zu nehmen ja wenn es jetzt doch einen cooldown gibt dann ist deine Brasslichkeit mir schuld ja mal so der Spieler würde ich mir den Namen merken der würde nicht mehr froh werden der würde echt nicht mehr froh werden warum willst du den PvP Kampf vorausfordern halt vergessen er hat 3 Gefährten 2 Gefährten achso das sind 2 verschiedene ja das sind 3 Mann Team ja na dann viel Spastag oder hat aber kein Köder wie war das? die werden nicht mehr glücklich denn der eine hat dem anderen einfach gezahlt wie es da geht ach ja Mann hört die aber auf mich hier die ganze Zeit weg was hab ich denn jetzt gemacht? das will ich doch gar nicht was hab ich denn jetzt gemacht? das will ich doch gar nicht B wie Ben B wie Ben Brief ist aber doch recht interessant hier ach der hat nur Krünzeug eingesammelt ok Boris Ulgo obwohl man Boris gibt es Erfolg abgeschlossen Käferjäger ok kann ich mich jetzt Eik lp der Käferjäger nennen Willst du dich denn überhaupt so nennen? Nein, oder? Nicht wirklich. Jetzt wollen wir doch noch den scheiß Schutzschild ausstellen. Ja. Ach stimmt, Kira ist ja noch auf Schaden aus. Oh, da muss ich auf mein Leben aufpassen. Was soll ich das machen? Neben jedem dieser Strahlendinger hast du eine Bazooka-Linge. So eine Kiste, die kannst du anklicken. Ah, okay. Und dann klickst du auf die Strahlendeile. Oh mein Arsch, ich wollte extra Pause machen. Magisch, wenn man seine eigene Vernichtung gleich in die Nähe legt. Oh. Oh. Warum hast du so lange gebraucht? Es tut mir leid, Meister. Es waren keine Gleiter da. Das lasse ich gelten, aber nur dieses eine Mal. Ihr habt schon besser ausgesehen, Meister. Ist alles in Ordnung? Ich habe auch schon schlechter ausgesehen, Kira. Mir geht es gut. Der verdammte Sith hat mich fast umgebracht. Aber anders hätte ich Dr. Parvux nicht retten können. Der Feind hat uns hier zurückgelassen als Futter für die Killiks. Es muss ziemlich hart gewesen sein, diesen Killik-Anführer zu erledigen. Das Ding war riesig. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Meister. Der große Killik, der die anderen angeführt hat. Hast du ihn nicht gesehen? Nö, der kommt jetzt. Wenn das Ding uns frisst, bist du gefeuert. Geil, die Sprüche gerade. Die sind so geil. Was ist denn das da? Killik-Predator. Du siehst ja putzig aus. Was? Ähm. Hier wird es. Da war er down. Alter, die Sprüche gerade. Die sind ja in der Quest mal richtig geil. Äh. Schild wird gibt Flöten. Absorbationswirt kommt dazu. Austausche. Aha, aha, aha. Wie Promesser? Blaster-Pistul. Alles in Ordnung, Doktor? Macht euch um mich keine Sorgen. Jetzt reicht's mal. Jetzt ist es geholfen, das Todessiegel zu stehlen. Und jetzt markiert sie potenzielle Opfer damit. Mittlerweile kann sie schon Dutzende markiert haben. Der Laser kann sich jederzeit töten, egal wo sie sind. Nicht, wenn wir die Energie abschneiden. Der Laser ist immer noch mit dem örtlichen Energienetz verbunden, oder? Er wird von mehreren Energiestationen versorgt. Wenn sie deaktiviert würden, wäre der Laser zumindest zeitweise außer Gefecht gesetzt. Ihr bringt den Doktor in Sicherheit. Ich deaktiviere die Energiestationen. Ich habe die Koordinaten aller Stationen. Deaktiviert sie in der beschriebenen Reihenfolge. Keine darf mehr funktionieren. Wir begeben uns zum nächsten republikfreundlichen Lager. Wir treffen uns dort. Möge die Macht mit dir sein. Oh Gott. Ich muss gleich diese. Äh, weiter. Ich habe es geschafft, mich vorher zu muten, geil. Zumindest im Stream. Du dörstest, dass das mit Anhören nachkommt. Bist du was Besonderes, wenn du sowas mit Anhören darfst? Oh Gott. Warum sollte das besonders sein? Oh, keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich mich kurz muten konnte, wenigstens im Stream. Weil jetzt habe ich Tränen in den Augen. Oh, holy shit. Äh, renne ich hier gerade überhaupt richtig? Ja, irgendwie schon. Ich muss sowieso erst mal Päuschen machen. Meine Blase drücken, wie Sau. Ich will ihn rauchen. Ja. Und mein Arsch tut weh vom Sitzen. So, da ich hier raus bin, setze ich mich hier kurz hin und mache mein Päuschen. Bis gleich. Rockstar, dance until I drop. My life is just hard if my home is the club. My stage is the dance, your party never stops. So, go. walking